Da nimmt man den Kopf und steht den drin aufs Grill und hängt den drinnen geschwiegen, jetzt gehört es allein nur dir, doch dir. Katz, Pumpehner, ganz plötzlich statt sie da, wie ein Katz, Pumpehner mit den Jungen in der Nacht. Das glaubst du nicht, es ist von Schwiegern, grüßt mit Miau, 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 staß zu gehen vor dem Hut. Am nächsten Tag begann der Set, oben zu und dann nach zwei und gab der Katz, einmal noch ganz allein. Er sagt kurz schnell zu und freut sich daher wie, mit Katz sieht der Blender, sie blieb für immer hier, doch dir. Katz und Pumpehner, ganz plötzlich statt sie da, Ihr Katz kommt wieder mit den Jungen in der Nacht. Das glaubst du nicht, es ist von Schwiegern, grüßt mit Miau, 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 staß sie wieder vor dem Hut. Opa, hey, da, ich bringe dich auf. Ja, 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 ja. Was soll ich dir nicht tun? Ach, ich hab noch eine Idee, ja, was? Genau. Der Set bringt Ihr Katz in das Tierheim irgendwo. Er lässt sich ja nicht sehen, ja, da wärst du noch froh. Das ist kein Problem, und zahlt er unter den Stein. Die Katz in das Kaffee und geht ganz früh daheim. Doch die Katz kommt wieder, ganz plötzlich statt sie da. Die Katz kommt wieder mit den Jungen in der Nacht. Das glaubst du nicht, es ist von Schwiegern, grüßt mit Miau, 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 staß sie wieder vor dem Hut. Opa, no, ich bringe dich auf. Opa, no, ich bringe dich auf. Opa, no, ja, 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 ja. Mit der Katz in das Gesend, es verleidet dich schon schier. Da kommt eine schöne Frau, die eben kann schon so ein Stil. Wie kannst du ihn haben? Der ist mit Ärgerlos. Er gibt dir die Katz und du kommt der Verrückung. Die Katz und die Brüder, ganz plötzlich statt sie nass. Die Katz und die Brüder, bringt eine Frau in der Nacht. Was glaubst du nicht? Es ist fast wie eine Gruis. Ob die Frau oder die Katz, man bringt sie nie mehr aus dem Hut. Das geht ja. Ja, das ist ein Wachstum.